Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Ich bin Nerdizist Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Hallihallo. Heute besprechen wir die Folgen 10 und 11, liege ich da richtig? Ja, genau. Mit den deutschen Titten Botschaften und Flucht nach Hilltop. Und du hast gerade gesagt, die heißen im Original komplett anders. Ja, im Original The Lost and the Plunderers, also die Verlorenen und die Plünderer. Und der zweite Dead or Alive or, also tot oder lebendig oder. Viel versprechendere Titel im Englischen als dann irgendwie im Deutschen. Okay, können wir gleich drauf eingehen, machen wir erstmal. Denn zuerst, genau, denn zuerst das übliche Michael, go ahead. Ihr findet uns wie immer auf Nerdizismus.de. Dort findet ihr erstens die ganzen Links, wo ihr unsere ganzen Episoden von allen Serien, die wir haben, gucken könnt. Zum Beispiel, wir haben auch Game of Thrones, wir haben auch Star Trek. Und da findet ihr auch unsere ganzen Social Media Links. Denn wir sind auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Du hast gesagt, wir sind auch auf diesem anderen Vero. Vero, genau. Obwohl alle Leute da schon wieder abwandern, ne? Keine Ahnung. Es war halt auch nicht so ein Mörder viel los da. Also zumindest nicht im deutschsprachigen Podcastraum. Ja, letztendlich genau da könnt ihr uns finden und wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, könnt ihr auf Nerdizismus.de einfach auf den schönen großen Abonnieren-Button klicken. Und dann abonniert ihr den ganzen Cast in demjenigen Podcatcher, den ihr installiert habt oder ihr bekommt angeboten, einen Podcatcher zu installieren. Und ihr könnt es natürlich auch auf iTunes tun für alle Apple-Freunde unter uns. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders über Kommentare und auch über Bewertungen. Kommentare immer grundsätzlich willkommen. Denkt immer dran, wir könnten sie auch vorlesen. Kommentare sind auch ein gutes Stichwort. Einer hat uns erreicht von der Chrissy. Und Chrissy schreibt, hallo nochmal und vielen Dank für die Werbung für unsere The Walking Dead Gruppe. Stimmt, wir haben nämlich Chrissis kleine, aber ganz feine Gruppe, vier Walking Dead Nerdies mal bei uns ein bisschen beworben. Da sind wirklich Hardcore-Fans der Comics und der Serie drin. Also da kann man durchaus mal vorbeischauen. Dass die eigentlich uns dann immer noch hören, ist schon ein mittelschweres Wunder. Aber gut. Wir sind einfach amüsant, ne? Ja, ich bin jetzt gerade mit eurem Podcast durch und es war mir wie immer ein Genuss. Und Gothic-Theatergruppe, muss ich mir merken. Das war, glaube ich, von dir, ne? Aber ich habe mit so kleinen Notizen, die euch vielleicht im nächsten Podcast helfen würden. Und also, wir hatten, glaube ich, in einem Podcast gesagt, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Und die Chrissy schreibt, es sind circa drei Jahre vergangen in der Walking Dead-Welt. Sicher? So steigt es hier jemand, der eine Gruppe betreibt, die sich The Fear and Walking Dead Nerdies nennt. Also ich kann es im Comic, kann ich es vielleicht nachvollziehen. Aber in der Serie sind doch mittlerweile, allein weil Karl so groß aufgewachsen war, muss doch mindestens ein paar Jährchen mehr aufgegangen werden. Ja gut, aber wie viel Zeit ist in Game of Thrones vergangen und wie alt ist Bram jetzt? Ja, Game of Thrones, das ist noch wieder ein anderes Thema. Game of Thrones haben die jetzt auch wirklich ein paar Jährchen mit reingepackt. Also das ist nicht wie im Buch, dass das alles innerhalb von so drei, vier Jahren stattfindet. Und Game of Thrones haben wir, glaube ich, auch parallel zu den Jahren, sind mittlerweile, glaube ich, auch so sechs Jahre mindestens da vergangen. Das wird aber eigentlich nie wirklich gesagt. Es gibt keine Einblendung. Sechs Jahre später. Ja, aber die reden schon manchmal darüber, dass es ja schon Jahre her ist, dass die das und das gemacht haben. Und jedenfalls gab es bei Game of Thrones an manchen Stellen so kleine Hinweise dazu. Na gut, also lassen wir das mal so stehen. Drei Jahre werden jetzt hier mal in den Raum geworfen. Vielleicht bietet ja jemand mehr. Weiter geht's. Jeffrey heißt eigentlich Gregory. Schätzelein, das solltest du doch inzwischen wissen. Das bitte Namen. Ezekiel stirbt. Achtung, Spoiler für alle Comics-Leser. Ezekiel stirbt im Comic durch Enthauptung von Alpha. Das passiert in der Whisperer-Storyline. Zum Schalldämpfer der Waffe von Karl. Das war symbolisch, denn Karls erste eigene Waffe war ja die mit Schalldämpfer in der dritten Staffel. Und mit so einer Waffe hat er auch seine Mom erlöst. Und die gute Chrissy hatte da tatsächlich Gänsehaut. Ja, wenn man sowas noch weiß, macht das natürlich durchaus mehr Sinn. Das war mir jetzt dann echt. Also ich kann mich erinnern, dass er dieses eine Kind mit so einem selbstgebauten Schalldämpfer irgendwie über den Jordan gebracht hat. Das sieht man ja auch in diesem Flashback. Ja, deshalb sagen wir ja immer wieder, eigentlich muss man diese Serie binge-watchen. Ja. Wir sind ja völlig asynchron zu dem, was da passiert. Deshalb vergebt es uns, wenn wir vielleicht nicht ganz auf Staffel 2 zurückblicken können oder so. Die Abschlussszene, was Rick angeht, der am Baum lehnend, kommt den Comics sehr nahe. Und zwar der Schluss des All-Out-Wars im Comic, okay? Und auch mit Hilltop habt ihr recht, denn auch hier endet im Comic der All-Out-War. Ganz liebe Grüße, Chrissy. Also vielen Dank für diese Hinweise. Dann sind wir mal gespannt, ob sich irgendjemand meldet, der sagt, da sind ja mal fünf Jahre oder acht Jahre oder zehn Jahre. Gut, wir sind auf jeden Fall gespannt und schauen, was dabei rumkommt. Rumkommen uns auch unsere Helden in der Folge Botschaften, wie sie, wie gesagt, auf Deutsch heißt, die auch jetzt ganz ungewöhnlich anfängt, beziehungsweise die ganze Folge etwas ungewöhnlich ist. Denn es werden auf einmal Namen eingeblendet. Ja, bevor wir darauf eingehen, genau diesen Punkt, den ich eben nochmal aufnehmen wollte, das mit den ganzen Titelübersetzungen. Ich meine, die deutschen Übersetzer bei manchen Serien haben sich schon gebessert. Also das ist nicht mehr ganz wie früher, keine Ahnung, bei Star Trek oder Stargate, wo so wirklich ganz, ganz andere Titel, die auch vielleicht ein Spoiler, komplette Spoiler waren, in Serien reinpacken. Aber es, ja, manchmal frage ich mich trotzdem noch, wer dahinter setzt und wer diese Titel schreibt. Ich meine, das sind doch gerade die Serienmacher überlegen sich doch im Original, die Autoren überlegen sich doch ganz bewusst, was sie einer Folge für einen Titel geben wollen. Und das kann man doch auch ehren und das nicht einfach stumpf denken, ja, die Deutschen verstehen diesen Titel nicht. Also erstens, wie sowieso beim Binge-Watschen schaut keiner mehr sich die Titel an und zweitens muss man den deutschen Zuschauern noch ein bisschen mehr Intelligenz zumuten. Die gucken doch erst auch mittlerweile alle Netflix auf Englisch, wenn vielleicht auch noch mit Untertitel, aber sie gucken es halt so. Ich nicht. Du guckst auf Deutsch. Ich gucke auf Deutsch, ohne Scheiß. Also wenn ich mich abends einfach nur berieseln lassen will, dann habe ich echt keinen Bock auf Genuschel. Also ich sage mal jetzt vielleicht irgendwie TNG oder Deep Space Nine mal außen vor, ja. Aber Game of Thrones auf Englisch finde ich 0,0 entspannend. Das ist komplett anstrengend. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass er immer 100% versteht, was die da sagt. Das glaube ich einfach nicht. Ja, weil ich auch von Native Speakern weiß, dass die manchmal irgendwelche Dialekte von irgendwelchen Briten nämlich auch nicht verstehen. Also ich finde es einfach komplett unentspannend. Aber anderes Thema. Gut, kann ich verstehen. Alles kriegt man vielleicht nicht mit. Aber soll dann auch am Ende gar nicht sein. Ich meine, wir haben schon lange und breit darüber diskutiert. Ich finde immer noch, gerade im Deutschen geht viel von der Atmosphäre verloren, wenn man es sich anhört. Also ich glaube, ich möchte nicht Negan synchronisiert hören. Dafür ist Jeffrey Dean Morgan einfach zu cool. Um echt zu sein, ist die Synchro eigentlich sogar ganz gut. Also mir sind jetzt wirklich noch keine großen Klopper aufgefallen. Also man übersetzt ja, ich sage mal so, Dinge, die im Deutschen ein bisschen komisch klingen, die hat man dann ja auch im Englischen mehr oder weniger schnell übersetzt. Oder es gibt natürlich auch Dinge, das war jetzt aber bei Walking Dead noch nicht der Fall, wo du unterschiedliche Sprachen hast. Das ist natürlich dann doof. Ja, also Inglourious Bastards zum Beispiel ist doof, auf Deutsch zu gucken, weil der davon lebt, dass alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Oder wir hatten letztens eine Folge bei Orange is the New Black. Da gibt es auch einen Flashback, der spielt dann in Deutschland. Das natürlich dann auch funktioniert natürlich nicht. Aber das ist ja, wie oft kommt das vor? Trotzdem, vielleicht jetzt nicht Walking Dead, ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Und diese Freiheiten, die man sich früher genommen hat. So, wo noch bei ALF sowas wie, wo dann Referenzen auf Thomas Gottschalk oder irgendwie Frank Elstner oder keine Ahnung was gemacht wurden. Das gibt es nicht mehr. Da wurden auch shitty Serien gut gemacht. ALF hat da drüben kaum einer geguckt. Zum Beispiel ist Mesh in der deutschen Synchro noch viel geiler als im Englischen. Genau. Aber wir reden ja von einer ganzen anderen Qualität des Schreibens in TV. So ein Breaking Bad. Sagen wir mal The Wire. The Wire ist das beste Beispiel. Kann sich kein Schwein auf Englisch anhören. Aber diese Serie sollte man sich auf Englisch angucken. Und meinetwegen macht da einen Untertitel an. Aber warum man ihn nicht versteht, ist doch sinnlos. Aber das ist die halbe Atmosphäre. Das ist die ganze Kultur, die damit rüberkommt. Und das kann man nicht ansatzweise ins Deutsche übersetzen. Ja, aber ich habe schon verstanden, was die damit sagen wollen. Ist schon in Ordnung. I got it. Das sollen jetzt hier Homies sein. Die reden normalerweise anders. Schon verstanden. Danke. Next, bitte. Nein, 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 nein. Es kommt da wirklich, es ist ja nicht nur der Akzent insgesamt. Das sind ja auch dann lokale Dialekte, die immer mit reinkommen, Sprachweisen, die in den mit reingeworfen werden. Und bei sowas, wie gesagt, The Wire, Black Panther, Breaking Bad ist auch noch ein ganz gutes Beispiel. Kommen wir doch nicht mit Dialekten. Wenn im Deutschen einer sechselt, bist du doch der Erste, der sich aufregt oder tiefes Bayerisch redet. Wieso sollte ich mich da aufregen? Ganz sicher. So bei was wie Dark oder so irgendwas. Nö, überhaupt nicht. Wo die übrigens überhaupt nicht wie in der Eifel reden. Wir haben verschiedene Dialekte. Wir können auch gerne, wir bringen doch ein bisschen Vielfalt in das Ganze rein. Es kann gerne auch im Deutschen sein. Im Deutschen hört man auch viel zu viel Hochdeutsch, außer bei diesen typisch, also wenn es wirklich richtig bayerische Serien oder irgend so ein anderes Ding ist. Aber sonst hört man im Deutschen doch nur ganz klares, schauspielerisches Hochdeutsch. Das muss doch nicht überall sein. Ja, aber dafür gibt es doch den regionalen Tatort jeden Sonntag. Gucke ich ja nicht. Deutsch gucke ich mir eigentlich sowieso nicht an. Letztendlich, genau, wir können lang und breit darüber diskutieren. Meine Meinung ist weiterhin, man nimmt sich viel, indem man nicht das Original schaut. Es ist so dementsprechend, als ob man auch irgendwelche übersetzten Bücher liest. Man kann es machen, wenn man sich nicht die Anstrengungen machen will. Aber trotzdem geht einem da einiges verloren und vieles wird anders interpretiert, als es vielleicht der Autor, die Schreiber oder die Schauspieler rüberbringen. Deshalb ist es auch bei der Oscar-Verleihung, die Filme, die kriegen was für eine schauspielerische Leistung, die manchmal im Deutschen gar nicht rüberkommt. Weil zum Schauspieler gehört nicht nur das Visuelle, sondern auch die Stimme. Und gut, wir haben gute Synchronisation und Deutschland ist ein Synchronisationsland. Ich beklage es aber immer wieder, weil wir dadurch faul geworden sind. Fertig? Ja. Prima. Alles gut, kommen wir bestimmt in zwei Jahren nochmal drauf. Eigentlich wollte ich sagen, es sind schon wieder acht Wochen rum, ja. Ja, gut, aber die Struktur, die wir jetzt hier haben. Ich würde es jetzt mal behaupten, es ist ein TV-Klischee, wo Walking Dead vorgibt, mal so ein bisschen die bewährte Formel durcheinander zu werfen, wo sie es aber jetzt in dem Fall nur machen, damit man überhaupt der Storyline noch folgen kann. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber die hätten diese Zeitsprünge nie machen können, ohne, dass sie nicht fett dranschreiben, wir sind jetzt bei Negan, wir sind jetzt bei Rick. Und erst dadurch kapiert man hier, dass das alles gar nicht synchron spielt, sondern ein bisschen Zeit versetzt. Aber da muss man dem Zuschauer erstens zutrauen und zweitens dann einfach bessere Arbeit leisten, damit man es auch verstehen kann. Und das hier, wie gesagt, das davorwerfen, jede TV-Sendung, die über ein paar Jahre läuft, jedes Drama, jede Comedy, mindestens einmal im gesamten Lebenslauf. Also ich finde es ein ziemliches Klischee, was jetzt nicht gestört hat, aber weil es einfach ein typisches Klischee für mich ist. Ich fand es aber gar nicht so verwirrend. Also ich habe mich schon so an diese schrägen Schnitte gewöhnt, dass ich, also die Einblendungen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Also ich hätte es ja jetzt echt nicht gebraucht, um dem Ganzen da zu folgen. Vor allem, weil die Abschnitte sich dann auch gar nicht, also wenn jetzt hier zum Beispiel dann da Negan steht, dann ist eigentlich, ich lasse ja die Folge hier nebenher laufen, 90 Prozent der Zeit Simon im Bild, mal so ganz davon abgesehen. Also ich hätte es nicht gebraucht. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe dann mir überlegt, vielleicht ist das so, weil sich ja alle darüber beschwert haben, über die Schnitte und so weiter, dass man ihnen kaum folgen kann, dass sie das jetzt, aber dann fängst du doch nicht in der zehnten Folge damit an, oder? In der elften Folge. Deshalb, das ist so ein Plot-Device, ja nicht mal ein Plot-Device, das ist eine Schnitttechnik, die bei ganz vielen anderen Serien immer mal wieder einmal in der Laufzeit eingesetzt wird. Am besten hat es für mich bisher immer Hauer mit Jommer Wann gemacht, weil die haben genau mit diesem Schnittmuster auch öfters gespielt und meistens hilft das, um irgendwas Cleveres da noch mit reinzubringen. Also die meistens schaffen diese Episoden einen kleinen cleveren Twist mit reinzubringen, indem man halt das so aufsplittet und das ganz asynchron dahin macht, dass sich ein Puzzle zusammensetzt, das erst am Ende ein Ganzes ergibt. Aber hier an dem Schnitt war an sich sonst nichts Cleveres dabei. Weil nämlich auch das Puzzle sich ja, wenn wir jetzt auf Folge 11 mal vorgreifen, ja jetzt erst langsam zusammensetzt. Also das Puzzle im Sinne von die finale Konfrontation dann vor Hilltop. Ja. Aber da haben wir ja noch drei Folgen Zeit, bis das passiert. Von daher war das jetzt einmal in einer Folge, ich habe es, also ich meine es ist jetzt, hat es die Folge nicht irgendwie ruiniert, aber es war halt irgendwie so, okay, verstehe ich nicht. Vor allem, weil es dann auch, wie gesagt, in den einzelnen Abschnitten, also auch Michonne war ja dann, das war ja gleichberechtigt, Michonne und Rick, es war jetzt ja nicht nur Michonne. Okay, vielleicht ein bisschen mehr der Fokus so auf ihren Schmerz, dass Carl jetzt tot ist. Ja, aber nochmal, das wird normalerweise eingesetzt, um irgendwie eine clevere Erzählstruktur drin zu haben, wo sich vielleicht Sachen wiederholen. Beispiel, mir fällt jetzt diese eine Folge von How I Met Your Mother ein, wo die, die in dem Haus von Lily und Marshall sind und da eine Party schmeißen. Und da kriegt man die ganze Party, die dann zehn Minuten immer wieder neu vorgesetzt und immer wieder aus anderen Perspektiven. Und wenn die andere Perspektive kommt, dann wird kurz gesagt, Lily und Marshall. Ja, okay, aber das ist ja hier nicht der Fall. Du siehst ja nicht Michonne vor den Saviors und Negan im Hauptquartier der Saviors oder so irgendwas. Das ist ja nicht der Fall. Genau, deshalb hier Walking Dead benutzt man wieder ziellos irgendwelche Stilmittel, die aber nicht wirklich richtig und sinnvoll eingesetzt werden. Um sie dann auch in der nächsten Folge wieder zu vergessen. Genau, das ist meistens für eine Folge, aber wie gesagt, um einen cleveren Twist reinzubringen. Aber diese Stilmittel genauso wie diese kleinen Cut-Ins vor den Credits in den letzten Episoden, wo man immer diese blörrigen Visionen hatte und dann dachte, wie setzt man sich denn das zusammen. Das war auch nicht besonders clever gemacht. Das hat Breaking Bad in der zweiten Staffel mit den Flugzeug-Andeutungen viel, viel geiler gemacht, weil man es pro Folge immer mehr erkennt, was ist es denn oder was soll das? Und erst am Ende richtig mitbekommt, boah, so setzt sich das Ganze zusammen. Und das hat auch hier bei Walking Dead einfach nicht funktioniert. Für mich? Ja, nee, du für mich jetzt ja auch nicht. Also wir haben ja jetzt im ersten Abschnitt haben wir ja, wie gesagt, Michonne und Rick. Dann haben wir Michonne, die also trauert um Karl, fast schon mehr als Rick irgendwie so gefühlt. Ja, er ist mehr im Schock, hat man das Gefühl. Ja, dann hast du die Diskussion zwischen Simon und Negan, wo Negan also ganz klar sagt, lieber Simon, bringe eine Botschaft zu allen, aber bringe allen immer nur einen um. Er soll zu den Schrottplatzleuten gehen. Und dann haben wir den dritten Story-Arc, der dann so ein bisschen aufgemacht hat, ist das mit Aaron und Enid, die also bei den Mädels von Oceanside da sind, was auch bisher jetzt auch keinen Pay-Off hat. Jetzt bleibt ja dann, um den mal kurz abzuschließen, weil das ist ja auch der kürzeste irgendwie, der Aaron bleibt dann zurück. Genau. Und die Enid geht zurück nach Hilltop, sodass wir, also das ist meine Vermutung, wahrscheinlich die Oceanside-Leute dann als Retter in der Not haben. Aber genau so hatte ich es ja, ich meine, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, besprochen, dass ich das genau abgeschätzt habe. Jetzt da die alte Oma weg ist, die sonst die Kontrolle über die ganzen Oceanside-Leute hatte, lassen die anderen mit sich reden, wenn sie vielleicht noch ein bisschen star sind und lassen sich doch noch zum Krieg überreden. Ja, aber ich meine damit, wir werden es einfach nicht mehr sehen, die kommen dann einfach wie die Adler bei Tolkien. So, ja, glaube ich. Ja, könnte sein. Ja, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie schwer, diese Serie. Man wird sie uns vergessen lassen, in Anführungszeichen, und dann, da sind sie jetzt. Ja, einerseits ist die Serie vorhersehbar, aber sie ist in dem nicht vorhersehbar, was sie vorhersehbares macht, habe ich das Gefühl. Ja. Naja, gut, Dory ist nun mal so, da hat sich eigentlich nicht viel getan, außer dass sie gesagt haben, okay, wir lassen euch am Leben, haut ab, kommt nie wieder, was sie auch schon vorher mal gesagt haben. Und jetzt versucht, der R&D zu überzeugen. Darauf wird es dann höchstwahrscheinlich hinauslaufen, ja. Genau, aber nochmal zum Anfang der Episode, als die Storyline mit Rick, ich habe ja, ich habe die Folge angefangen, montags, als sie direkt rauskamen, in der Mittagspause, und habe mir direkt am Anfang nach zwei Minuten gesagt, ich weiß genau, was die jetzt damit vorhaben, und das funktioniert alles nicht, deshalb habe ich aufgehört, die zu gucken, und habe drei Tage später wieder eingestiegen, war aber dann gar nicht mal so negativ überrascht von der Folge, weil insgesamt hat sie für mich ganz gut funktioniert. Sie hat dann insofern ganz gut funktioniert, beziehungsweise war dann halt nochmal interessant, weil die eigentlich interessante Geschichte, die für mich dann eben jetzt sich noch anschließt, ist halt nicht die Rick-und-Michon-Sache, da könnte man höchstens noch erwähnen, dass halt auch der Negan einen Brief gekriegt hat von Karl, in dem er dann also alle bittet, vielleicht dann doch aufzuhören mit der ganzen Geschichte. Aber es sind halt dann einfach zwei verbohrte, verbitterte Sturköppe, die halt dann einfach nicht bereit sind, jetzt auch mal gut sein zu lassen. Sie können einfach nicht, also selbst wenn sie wollten, sie können nicht über ihren Schatten springen. Und ich meine, selbst wenn Negan so tut, als ob er nur das Beste will, letztendlich will er zurück zu seinem Status Quo und alle kontrollieren. Ich meine, hier in der Folge wird ja Negan, die Serie versucht ja Negan wieder ein bisschen sympathischer zu machen und ihnen in dieses Licht zu stellen, als wäre er der Vernünftige und Rick nicht. Aber man darf ja nicht vergessen, was die Saviors alle vorher schon gemacht haben und wie die einfach ihr Regime geführt haben. Wenn alle sich wirklich an die kompletten Regeln von Negan halten würden, wäre es immer noch nicht ideal, aber vielleicht eine stabilere Welt. Aber wie man hier an dem Gespräch auch mit Simon sieht und was Simon am Ende macht, hat das ja auch so schon nie funktioniert, weil er einfach diese ganzen Wildcards, die eigenen Leute da hat, die einfach nur ihren eigenen Willen durchsetzen wollen und solange die Regeln ihnen passen, folgen die Negan, aber wenn die keinen Bock drauf haben, dann tun sie es einfach und sagen es ihm nicht. Wie soll er es sonst wissen? Eben. Das heißt, Negan wird ja auch von vorne bis hinten eigentlich von seinen eigenen Leuten dauernd irgendwie im Kleinen angeschissen, seien es seine Frauen im Harem, die ihn die ganze Zeit versuchen umzubringen. Oder halt eben in der Folge jetzt halt auch Simon, der einfach die ganzen Schrott-Sammler komplett umbringt. Ich finde ihn auch eigentlich viel, ich finde ihn viel konsequenter als Negan, weil für mich, okay, der hat zwar auch, der hat jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und seine ganzen Emotionen leiten ihn dann noch so ein bisschen, trotzdem hat er für mich einen klareren Blick auf die ganze Geschichte als Negan, weil Negan wird es nie schaffen, den Rest unter Kontrolle zu bekommen und irgendwie da wieder dafür zu sorgen, dass alle schön nach seinem Lied tanzen. Und Simon hat da schon recht, dass er sagt, okay, lass uns einfach einen Cut machen, lass uns den ganzen Scheiß niederbrennen, weil eine Ordnung kriegen wir hier nie wieder rein. Aber im Grunde genommen läuft die Nummer noch darauf hinaus, dass wenn Negan das mitkriegt, dann wird er ihn umbringen. Wenn er dann noch die Macht hat dazu. Genau, und das glaube ich nicht. Ich glaube, Negan wird am Ende seine eigene Macht ziemlich verspielen. Weil er einfach zu, wahrscheinlich im Blickwinkel der Saviors, zu irrationaler Entscheidungen trifft, die die um ihre Rache beraubt oder um ihre Gerechtigkeit, die sie glauben, die sie verdient haben. Hast du eine Ahnung, was es mit dieser blauen Farbe auf sich haben soll, die jetzt alle an den Schuhen haben? Na, es ist sehr prominent, immer ein blauer Farbeimer im Bild, in den Simon reintritt, in den Michonne und Rick reintreten und alle haben dann blaue Farbe an den Füßen. Ach so, aber das ist ja beim Schrottplatz. Genau, das ist beim Schrottplatz. Und auch wenn Simon zurückkommt und dann die Waffen ablädt, dann ist auch eine halbe Sekunde lang der Schuh prominent im Bild. Also der wird noch eine Rolle spielen, diese blaue Farbe auf dem Schuh. Weil auch Nigen drauf guckt auf den Schuh. Ich glaube, das sollte auch wieder nur so ein bisschen mit unseren Erwartungen spielen, weil dem Zuschauer soll vorgegaukelt werden, dass das alles hintereinander abläuft. Ähm, aber dabei ist das ja völlig asynchron und, ja, nicht völlig asynchron. Das soll so ein bisschen der Hinweis da sein, wann ist was passiert und das ist ja dann doch alles auf dem Müllplatz passiert und auf dem Müllplatz ist nicht alles gut gelaufen. Und deshalb guckt er am Ende nochmal auf seine Schuhe und versucht das Ganze irgendwie abzutun. Jedenfalls glaube ich, dass es einfach nur versucht wird, mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen, was hier auch nicht, äh, was, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es war für mich sinnlos. Also ich meine, dass die ganzen Schrottsammler alle hops gehen, war für mich dann doch überraschend. Hatte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Deshalb mochte ich die, äh, deshalb mochte ich die Folge. Äh, äh, tut mir leid, dass die alle draufgegangen sind, aber die gingen mir mittlerweile so dermaßen auf den Sack, als sie dann wieder anfingen in ihrem abgehackten, äh, ähm, äh, Cloud-Atlas-Sprech zu sprechen, hab ich gesagt, ja, hört doch mal auf mit dem scheiß Theater, ihr könnt doch die Situation grad gar nicht einschätzen und das beißt denen dann am Ende auch im Arsch. Schön fand ich ja dann, wie sie sich ihrer Leute erbarmt und sie alle durch diesen Fleischwolf dreht. Ja, ein bisschen, äh, genau wie in der nächsten Folge mit dem Sumpf, ein bisschen mit den Zombies, äh, will die Serie immer wieder spielen. Ja, das war auch mal was Kreatives. Und sie spricht jetzt normal. Und sie spricht jetzt normal, weil sie gesehen hat, ja, scheiße, meine ganze Scharade ist jetzt, äh, nichts mehr zunütze, ich hab alles verloren, mein Sinn des Lebens ist weg, also kann ich mich auch wieder wie der ganze Rest verhalten. Problem völlig sinnlos verheizt. Kann, ist, ist Rick eigentlich daran schuld? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaub schon in gewisser Weise. Weil, ähm, der ist ja eigentlich an so vielen Dingen, äh, hier schuld, weil er einfach nicht entweder sich den Regeln beugen will und, äh, dann versucht irgendwelche anderen zu überzeugen, das, äh, das loszulassen, was für die vielleicht jahrelang gut funktioniert hat. Ja, wir hatten das ja schon mal in einer der letzten Folgen, ich glaub nicht in dieser Staffel, der letzten Staffel, wo ich, glaub ich, mal gesagt habe, naja, im Grunde genommen könnte man auch sagen, dass Rick eigentlich und seine Truppe hier die Bösen sind, in der ganzen Serie, weil überall, wo sie auftauchen, hinterlassen sie mehr oder weniger immer nur Tod und Zerstörung und Chaos. Ja, ja, definitiv. Würde ich auch so sagen. Also man muss ja nicht mit dem System des Governors übereinstimmen, aber es hat, halt, in sich funktioniert. Genau, genau. Und die sind dann immer die, ähm, die Außeneinwirkung, die alles am Ende zerstört. Ja. Wunderbar auch eine Parallele zu, zu Star Trek in eine andere Richtung, weil letztendlich haben wir in Star Trek, die Föderation ist ja an sich auch eine Utopie. Und theoretisch wird das ja auch alles wunderbar funktionieren. Wenn aber nicht die ganzen Faktoren von außen, wie das Dominion oder die Borg oder die Klingonen da reinkommen würden und die ganze Ordnung zerstören wollen. Hm, ich hab irgendwie auch an Star Trek gedacht. Warum auch immer. Musste ich irgendwie so ein bisschen, bisschen dran denken an diese ganze Geschichte. Ja, dann haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen und das Endgespräch, den Funkdialog zwischen Negan und Rick hat jetzt auch wirklich keiner ernsthaft erwartet, dass das Ergebnis von diesem Talk ist. Ach so, ja, dann, hey, der Karl hat da drauf geschrieben. Wir lassen das mal und dann lassen wir es halt. Ich fand es trotzdem eine spannende Stelle. Ja, es war schon eine spannende Stelle, vor allem weil Rick irgendwie, glaube ich, sich gar nicht bewusst war, welche Beziehung Karl zu Negan da hatte. Und letztendlich, ich meine, Rick will Negan ganz klar aus dem, was er von Negan mitbekommen hat, natürlich als Monster sehen und würde man selber auch, wenn man das alles miterlebt hätte. Aber das finde ich dann doch ganz schön, dass uns wenigstens so ein bisschen verschiedene Perspektiven versucht wird zu zeigen. Ich hätte es halt mal, ich hätte mal eine Folge spannend gefunden, vielleicht kommt die ja noch, von Saviors Fußsoldaten. Also nur eine Folge nur mit Saviors Fußsoldaten. Fände ich auch spannend, wäre dann auch wieder die typische Klischee-Episode wie in Star Trek und Stargate, wo einmal das normale Fußvolk gezeigt wird. Ah, in Star Trek wird gar nicht so oft das normale Fußvolk gezeigt, ja. Ja, aber es gibt einzelne Episoden, also einzelne Episoden, die darauf fokussiert sind. Ganz selten mal. Und dann gab es noch einen kleinen Moment, da habe ich dann gedacht, ja, guck mal an, aber dir ist es gar nicht aufgefallen und es wurde auch wieder wieder nicht angesprochen, nämlich der, das wollte ich mich noch für die Folge 10 erwähnen, nämlich der Simon spricht ja die Jadis drauf an und sagt, na, ob das hier alles so mit eurem Schrottplatz überhaupt so echt ist? Ich meine, was soll denn der Hubschrauberlandeplatz und die Solarpaneele da hinten? Hm. Wird nur kurz erwähnt, 10 Sekunden, danach wieder Haken dran, nicht weiter erwähnt. Mal gucken, was mit dem Hubschrauber noch passiert. Aber, aber ich meine, glaubst du, dass am Ende wirklich Jadis einen Hubschrauber-Führerschein hat, den irgendwo unter dem Schrotthaufen unter der Plane versteckt hat und dann damit auftaucht? Weil das wäre ja das Clevere daran und das Sinnlose, dass sie es nicht schon vorher eingesetzt hätten. Aber ansonsten würde man das doch gar nicht erwähnen. Also, es muss ja schon einen Grund haben, sonst hätten sie es nicht erwähnt. Der Hubschrauber wird ja auch nicht aus Versehen im Schnitt da vergessen worden sein. Also, das kann ja jetzt auch nicht passiert sein. Andererseits, ich sag mal, so einen Hubschrauber, den hörst du über Kilometer, gerade in so einer inzwischen ruhigen Welt, wo es keine Geräusche mehr gibt. Ich weiß nicht, was sie damit vorhaben. Also, ich kann mir vorstellen, was sie damit vorhaben, nämlich, dass der im Endkampf zum Einsatz kommt, dass er entweder auf dem Höhepunkt der Schlacht zwischen den Saviors und den Resten von Rick und Hilltop, die dann den Hilltop angreifen, dass dann entweder der Hubschrauber auf dem Höhepunkt der Schlacht dann mitten im Schlachtfeld landet und da irgendwelche Marines rausspringen in Schutzanzügen oder keine Ahnung was und alle anderen sind völlig verdattert und dann hört die Folge auf oder die Staffel auf oder der kommt am Ende der Schlacht, wenn die, also ich sagte, die Schlacht läuft ungefähr so, die Saviors greifen an, es sieht nicht gut aus für Hilltop, dann kommt Oceanside als Rettung dazu, die drehen dann mit ihren Speeren, warum auch immer, wie die Ewoks gegen die Stormtrooper, die ganze Geschichte und dann, wenn es vorbei ist und sie sich alle dann in den Armen liegen und niegen, kniend vor Rick sitzt, dann plötzlich kommt der Hubschrauber oder die Hubschrauber angeflogen und alle gucken nach oben, Staffel ist vorbei, sowas wird passieren. Ja, ich glaube, der Kampf wird vorbei sein und dann wird der Hubschrauber landen und dann gibt es einen Cliffhanger und da Staffel 9 ja bestätigt wurde, geht es dann in Staffel 9 weiter. Aber man wird nicht sehen, wer aussteigt. Man wird Beine sehen, die aussteigen. Entweder in Schutzanzügen oder in einem sauberen Anzug mit einem Aktenkoffer. Ja, es kommt dann das CDC von Atlanta dann wieder rein. Irgendwie sowas. Vor allen Dingen, es wird einen Cliffhanger diese Staffel definitiv geben, weil trotz der in den Quoten wurde jetzt die letzten Tage eine neunte Staffel bestätigt. Ja gut, der Gaul wird geritten, bis der Tod umfällt. Ja, aber wir haben es ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, Walking Dead ist jetzt auf dem Allzeittief, was die Quoten angeht. Die sind mieser als in den ersten Staffeln. Aber es hängt ja eine ganze Merchandising-Fabrik dran. Guck mal, ich habe ja erzählt, allein was da jetzt in Las Vegas dieses eine Ding, das es da aufgemacht hat. Die ganzen Videogame-Automaten. Also der Merchandise-Kram ist schon zu groß. Also das wird man schon ein bisschen am Leben erhalten. Hast du recht. Aber dann würde ich mir für die, ist ein bisschen früßig, das wir wünschen, dann würde ich mir für die neunte Staffel so ein kleines, ein paar Jahre weiter entsprechen oder ein kleines Reboot. Aber ist ja, glaube ich, in den Comics auch nicht. Von daher wird es so weitergehen wie bisher. Weiter geht es dann mit der Folge 11, Flucht nach Hilltop oder eben Dead or Alive War. Mit einem ganz komischen Cold Open, wo wir also den Reverend und den Doktor der Saviors auf der Flucht sehen. Der Reverend versucht, die Karte zu lesen aufgrund seiner immer noch nicht näher geklärten Erkrankung, oder? Naja, der hat irgendwie, sie sagen ja immer, das ist eine Infektion. Genau, aber ob das jetzt die Zombie-Infektion ist oder irgendwas, wird nicht gesagt. Kann er die Karte nicht mehr lesen. Und dann auch wieder so, dann siehst du von hinten einen Walker sich anrobben. Der dreht sich um. Also der Reverend dreht sich um und sieht den. Und dann kommt das Intro. Und dann ist das Intro vorbei und es geht weiter. Und dann haben sie den halt erschlagen. Also abgesehen davon, dass es irgendwie nie so war, als wäre dieser eine Walker, der da auf dem Boden robbt, mit der Kette überhaupt eine Gefahr, war das halt komplett panneinszeniert irgendwie. Genau. Es ist wieder hier, es werden völlig falsche visuelle Anreize gegeben oder ein völlig seltsamer Schnitt dafür, dass es am Ende gar nicht alles passiert. Fand ich auch, mit diesem Walker, jetzt habe ich gedacht, Reverend verliert sein Augenlicht und dann müssen die am Ende noch gegen den Walker kämpfen, weil der nicht früh genug auf den achtet. Aber das ist ja gar nicht gewesen. Nö, der liegt dann einfach tot auf der Straße mit dem Wagenkreuz erschlagen und fertig. Und das ist, ja, das sind immer so die Brocken, immer wieder bei den hingeworfenen Brocken, die einfach alle irgendwie keinen Payoff haben. Auch diese ganze Flucht, die zwar irgendwie ganz interessant war, weil ich zu kurzzeitig die Hoffnung hatte, sie könnten in dieser Hütte, die sie dann da finden, irgendwas entdecken, was jetzt halt dem Ganzen vielleicht doch nochmal irgendwie so eine Wendung gibt. Aber eigentlich, wenn ich der Arzt gewesen wäre, mir wäre der Reverend also mit seinem Gottgequatsche schon relativ zügig schnell auf den Sack gegangen. Ja, ich meine, hier haben wir jetzt eine Episode. In den letzten Episoden wurde immer der, das ist ja immer, in der Gabriel-Folge wird immer sein Glaube auf die Prüfung gestellt. Jetzt haben wir es ein bisschen umgekehrt. Er hat seinen stoischen Glauben, aber der Arzt, der Glaube des Arzt wird auf die Prüfung gestellt. Und am Ende ist es dann doch Gabriel, zu dem es wieder zurückgedreht wird. Also letztendlich haben wir hier das, was wir in jeder Gabriel-zentrierten Folge, fokussierten Folge bekommen haben, nochmal wieder aufgewärmt. Und es war ein Lückenfüller, bis wir zum Finale kommen. Die Storyline ist noch relativ schnell abgehandelt. Also dem Gabriel geht es immer schlechter. Er droht zu erblinden. Jetzt haben sie da in der Hütte Antibiotika gefunden. Das heißt, vielleicht kommt er nochmal raus aus der Nummer. Aber der Doc wird von den Saviors, die sie dann doch finden, einfach erschossen. Also einfach so. Das hat man auch irgendwie gar nicht gehört. Plötzlich hatte der ein Loch in der Brust. Ja, ja, das, ich dachte, also der ist doch nur blind geworden, aber nicht taub. Deshalb musste ich einen Moment gucken und warten. Ist er jetzt erschossen worden? Oder was ist da jetzt passiert? Ja, das ging so schnell und out of nowhere, dass der, ja, zack, bumm. Wo sie ja vorher von Negan noch die Ansage gekriegt haben, den Doktor brauchen wir lebend. Der Arzt versucht, eine Waffe zu greifen. Und der andere erschießt ihn dann. Aber das geht so schnell und man hört auch diesen Schuss nicht. Und man sieht auch die Waffe, die schießt nicht. Man sieht, und er greift danach und er greift nach einer Waffe. Und es sieht eigentlich so aus, es würde sich fast selber erschießen. Also auch wieder, ja, es ist, wo soll wohl aus Gabriels Perspektive gefilmt sein. So nach dem Motto, der kriegt es auch nicht ganz mit. Aber da muss man halt auch ab und zu mal ein bisschen an den Zuschauer denken irgendwie. Okay, also beim nochmaligen Gucken hat man das dann gesehen. Aber jetzt muss man mal schauen, der Otto-Normal-Zuschauer, gerade in den USA wird es ja auf AMC gesendet, guckt es ja analog. Ja. Also einmal und das war es. Ja. Die meisten spulen ja gar nicht zurück. Deshalb ist es umso wichtiger, wenn es nicht ein Mysterium sein soll, auch hier mal wieder es klar zu zeigen oder ein Mittel zu nutzen, um es dem Zuschauer zu verdeutlichen. Und nicht nur wieder irgend so ein Werkzeug einzusetzen, wo ich nicht weiß. Also nicht wieder so ein Kreuzschraubenzieher für eigentlich eine Mutter oder sowas. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Show, don't tell. Ja, aber auch hier, der ist gestorben, damit Gabriel seinen Glauben verliert. Ja, gut. Er wird jetzt halt zurück zu Nigen gebracht. Und dann haben wir, ich meine, dann hat er seine Bestimmung gefunden. Er muss jetzt halt Munitionshülsen füllen. Das ist dann seine Bestimmung. Ja, er ist im Prinzip ein, wie heißen die nochmal von Apes Odyssey, die Viecher, Mudak, er ist ein Mudakern. Er ist jetzt Mudakern. Okay, Apes Odyssey, für alle, die es nicht kennen, ist ein sehr, sehr altes Videospiel, auch noch zur Playstation 1-Zeit. Nee, 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 nee. In den letzten Jahren ist ja das Remake rausgekommen. Die haben es ja als New and Tasty rausgebracht und es ist auf allen Konsolen, sogar auf der Switch, kommt es demnächst raus. Und danach kommt Apes Exodus auch nochmal als Remake. Also ich kann empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat, großartiges Spiel, durchzocken. Trotzdem, PS1 kam es ursprünglich raus. So, genau. PS1, genau. Also, machen wir trotzdem mal weiter im Text. Also, wie gesagt, der ist dann bei Eugene, handeln wir eben auch schnell Eugene ab. Das, was jetzt die Schrottsammler nicht mehr machen, macht Eugene jetzt im Exzess, nämlich komisch sprechen. Aber das hat er ja immer schon gemacht. Ja, das wird jetzt so damit kokettiert, dass es langsam auch ein bisschen nervt. Wundert mich, dass ich das jetzt erst nervt. Ich hab mich ja, glaube ich, schon in etlichen Episoden hier hingewiesen. Ja, es kommt mir wahrscheinlich auch jetzt erst irgendwie so extrem vor, keine Ahnung. Also, weil er jetzt auch mehr, mehr Screentime hat, weißt du? Aber auch hier wieder eine Story, die ins Leere führt. Also, letztendlich den einzigen Takeaway, den wir davon haben, ist, dass er hier Daryl Nummer 2 nicht verraten hat. Dwight. Dwight, genau. Ja, das ist der Einzige. Aber der hätte sich ja dann im Endeffekt auch selber verraten. Also, ist er wieder der Feigl. Er muss ja dicht halten, weil wenn er nicht dicht hält, jetzt kann er auch nichts mehr sagen. Jetzt ist es zu spät. Genau. Dann würde jetzt ja auch gefragt werden, warum was passiert. Ja, dann haben wir einen Teil in Hilltop. Der ist eigentlich gar nicht so lang. Man sieht so ein bisschen, wie sich Maggie darauf vorbereitet, auf den Angriff. Als ich dann gesehen habe, wie sie das Tor auf und zu machen, kam mir irgendwie so der Gedanke, okay, eigentlich sind ja die Tore, also auch bei Alexandria, die haben immer so brav gehalten, die Saviors vor den Toren. Aber die sind eigentlich so dünn, Wellblech, die hätten einfach durchknallen können. Das sind ja keine hier Reifenkrallen oder so irgendwas ausgelegt. Nein, gut. Also, die bereiten sich darauf vor. Gregory versucht wieder irgendwie sich einzuschleimen, das geht aber alles in die Hose. Mal gucken, ob die nur mal mit dem Gefangenen ein bisschen Freiheit lassen, ob die nach hinten losgeht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber du musst mir mal eigentlich was anderes erklären. Nämlich, wieso wollte die eine der Namen, die ich jetzt gerade vergessen habe, den Dwight auf einmal erschießen? Hat der nicht irgendwen anders erschossen? Ich weiß nicht. Naja, der hat doch jeder von jedem irgendwie irgendwen erschossen. Ja, ich glaube am Ende, weil es einfach ein Saviour ist. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, weil es einige Folgen her, aber letztendlich ist Dwight ein Saviour und die Saviour verdienen es nicht zu leben. Ich glaube, der hat irgendwas Spezielles gemacht. Hat der nicht ihre Freundin getötet? Oder war der nicht mitverantwortlich dafür? Also gut, wie gesagt, mitverantwortlich. Also ich kriege es, ich habe es nicht mehr genau zusammengekriegt, warum jetzt ausgerechnet und dann so plötzlich. Und naja, auf jeden Fall der Dwight, der ja dann jetzt eigentlich die Seiten wechseln wollte, bleibt weiterhin im Dienste der Gruppe von Rick und führt dann die Saviours eben weg, weil die anderen durch den Sumpf gehen, was man übrigens später gar nicht sieht. Die kommen dann in den Hilltop an, sind alle trocken. Aber okay, ja. Ja, aber hier ist es auch wieder mit den Entfernungen. Wir haben ja keine Ahnung, wie die Entfernungen sind. Das kann ja alles schon wieder getrocknet sein. Ja, sie sind aber nicht nur trocken, sie sind auch sauber. Also die Hosen, die Hosen sind alle sauber. Aber ich habe nur so bei diesem, bei diesem Sumpf habe ich mir gedacht. Hm. Okay, wir wissen, dass das gefährlich ist, da lang zu gehen, weil der Negan seine Leute auch nicht da lang schickt. Weil da wohl Walker sind. Okay. Warum werfe ich nicht einfach mal vorher 20 Steine in den Sumpf und gucke, was passiert, anstatt einfach reinzulatschen? Weil wir dann keine schönen Kampfszenen, die wir obligatorisch in jeder Walking Dead Folge haben müssen, wo irgendein Zombie mit einem Messer erdeucht wird, sehen dürfen. Ja. Ist halt, jede Walking Dead Episode braucht eine neue kreative Art, einen Zombie zu töten oder einen Zombie darzustellen. Und ich glaube, ich war ja letztens auch in der Presse, dass Walking Dead den ersten nackten Zombie zeigen wird oder so weit. Keine Ahnung. Da freust du dich ganz besonders drauf, ja. Da ist der Jugendschutz-Binpae-Sky endlich mal gerechtfertigt, ja. Aber ja, gut, das war ein Must-Have mit dem Sumpf, aber auch hat die Story nicht wirklich vorangegangen. Naja, es war halt das Plot-Device, um sie heil nach Hilltop zu bringen. So, also von daher. Ja. Soll es mir recht sein, wir haben einen neuen Arzt jetzt in Hilltop mit dem Said-Verschnitt. Der Reverend hat seine Bestimmung gefunden und dann ist die Folge eigentlich ja auch schon durch. Außer es kommt dann noch diese komische Idee. Ja, die komische Idee. Also hier ist mir mal wieder aufgefallen, in der letzten Folge war einem, wie ich eben gesagt habe, Negan schon wieder so ein bisschen sympathisch. Weil er dann doch seinen Plan umsetzen will und die Menschen als Ressourcen sieht oder ihnen vielleicht doch helfen will, ist irgendwie nicht ganz klar. Und jetzt macht er hier wieder so eine 180-Grad-Kehrtwende. Er verhält sich ganz anders, wie er sich in den Folgen davor verhalten hat und wird jetzt wieder komplett ruchlos und verrückt, wie man ihn vom Anfang seiner Zeit kennt. Also hier ist wieder so eine krasse Inkonsistenz drin, die mich nicht stört, solange Jeffrey Dean morgen bekloppt agieren kann. Aber die mich einfach stört, weil es mal wieder so dermaßen auffällt, wie inkonsistent Walking Dead insgesamt ist. Ja, vor allem inkonsistent dahingehend, als dass doch diese Idee, da Zombie-Teile über die Mauern zu werfen, gar nicht funktioniert. Weil wir haben sich doch oft genug mit Zombie-Kram eingerieben, um durch Walker-Gruppen durchzukommen und sind ja auch nicht infiziert worden. Nein, das war Fear the Walking Dead. Nein, hier doch auch. Ja sicher, zweimal, zweimal. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Der Reverend und Negan kommen doch so aus dem Container, zum Beispiel. Ach so. Und im Gefängnis haben sie es auch gemacht. Im Gefängnis haben sie es auch gemacht, weil ich hatte es im Kopf, dass Fear the Walking Dead das erste Mal so richtig gemacht hat und auch das wirklich als Werkzeug eingesetzt hat, was sie mittlerweile auch bei Fear the Walking Dead wieder komplett vergessen haben. Aber gut, wenn sie es auch hier schon vorher gemacht haben, ist es wirklich zu lange her, dass ich die anderen Folgen... Also mindestens zweimal. Mindestens zweimal. Ich glaube, im Gefängnis, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ich weiß es, zweimal auf jeden Fall, ich glaube im Gefängnis und das andere Mal ja, wie gesagt, als der Gabriel mit Negan aus dem Container entkommt, dann machen sie das auch. Sie müssten zumindest offene Wunden haben, damit das Blut irgendwas macht. Eben, aber auch so, die werden ja so oft gekratzt, also jetzt nicht von den Bocken gekratzt, aber ich meine, wie schnell holt man sich eine Infektion. Also der Virus ist ja wirklich nur durch einen Biss übertragbar, was zwar jetzt auch irgendwie albern ist, aber... Nee, der Virus ist ja eigentlich schon in jedem drin. Aber warum bricht der denn dann durch einen Biss aus? Durch einen Biss, weil dann... Nee, ich glaube, du verwechstest das gerade mit was anderem, mit dem Virus ist in jedem drin. Nee, 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 jeder, der auch so gestorben ist, ist ein Zombie geworden. Richtig, genau. Ja, stimmt, genau. Genau. Also macht der Biss eigentlich gar keinen Sinn. Deshalb kann ich mir nur vorstellen, doch, ein Biss, der ist wie Gift, der das Ganze noch wieder beschleunigt. Also wenn sie tot sind, dann kann der Virus direkt übernehmen und wenn sie gestochen werden, dann ist es wie Gift, das schneller dazu führt. Das ist so ein bisschen wie, wir haben ja auch alle Krebs schon in uns drin. Genau, sowas, sowas in der Art. Gut, also dann wird dieser Plan gefasst, dass man das jetzt also macht, die Heel-Tops mit Zombie-Gedärmen zu überwerfen und dann gucken wir, was passiert. Liebe Leute, was sollen wir sagen? Wir bleiben dran für euch und ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder mit den nächsten beiden Folgen von The Walking Dead, von den Dead Nerds Talking. Und zwischendrin ist aber noch irgendwas, nämlich am 24.03. könnt ihr uns um 15 Uhr live on stage auf der MagicCon in Bonn, nicht in Dortmund, in Dortmund sagen, in Bonn erleben. Das heißt, wer also noch am 24.03. nichts vorhat und mal wieder auf eine schöne, feine Convention gehen will, wird jeder Menge Stars aus dem Fantasy-Bereich, Herr der Ringe, Vampire Diaries, wer kommt denn alles? Also ich gehe mal eben schnell auf die Webseite, um mal ein bisschen Werbung für zu machen. Naja, die Leute haben jetzt übrigens, glaube ich, gar keine Chance mehr, irgendwelche Tickets sich zu holen. Ja, aber du kriegst vor Ort noch Tickets. Also man kann vor Ort noch Tickets holen und ich lese euch mal ein paar Gäste vor. Es kommt zum Beispiel Tom Ellis, es kommt Ian Summerholder, es kommt James Cosmo. James Cosmo, hatten wir den nicht auch schon mal vor der Flinte? Nee, der fehlt uns noch in unserer Game of Thrones-Riege, ne? Ja, richtig. Es sind einige Zwerge aus The Hobbit da. Es sind, wer kommt denn da noch? Ach, da kommt noch hier Kevin McNally, den wird wahrscheinlich jetzt keiner kennen, das ist aber hier der alte Seebär aus Flucht der Karibik, der in allen Teilen mitspielt. Der Freund von Captain Jack Sparrow. Und so weiter und so weiter. Also da sind jede Menge Fantasy-Stars da, auf was Rang und Namen hat. Und wir haben die Ehre, live on stage, Samstag, 15 Uhr, unser berühmt gewrichtigtes Nerd-Quiz zu spielen. Also, wer da noch Lust hat, kommt doch einfach vorbei. Es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen, genau. Wir haben nicht nur Preise für die Kandidaten, wir haben auch Preise für schlaue Leute im Publikum. So, in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr auch zu dieser Folge einen Kommentar da lasst, was wir richtig hatten in eurer Meinung nach, wo wir komplett falsch lagen, was ihr ganz anders seht, wo ihr uns beipflichtet. Schreibt es in die Kommentare auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf nerdizismus.de, wo auch immer, oder eine E-Mail an info at nerdizismus.de. Bewertungen freuen wir uns auch über, ganz besonders auf iTunes, da hilft es uns und dieser Show am meisten. Und hört doch mal rein bei allen anderen Sachen von nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer, da freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael, auch dir wieder vielen Dank. Und dann sehen wir uns spätestens in zwei Wochen auf der Bühne. Ciao. Tschö. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017